Hallihallo und herzlich Willkommen bei Dance, der kleinen Horrorshow. Snail hat sich schon erschreckt und Navocca ist auch noch da. Hallo. Und ich bin Mary. Ich werde euch jetzt jagen und euch töten. Niemals. Navocca hat Schokoriegel dabei. Aber gut, deine Monsterjagd. Jeder zwei Batterien? Okay, dann nimmst du noch eine. Ich werde euch finden. Na kommt, hihihi. So was fand ich. Gar nicht. Da. Handgranate. Macht mal die Türen auf, damit ich herauskomme. Nein. Macht doch selbst. Geht nicht, die sind verschlossen. Ich hab den Triport, Kay. Wir können hier raus. Du brauchst zwei Schlüssel? Ein Schlüssel? Zwei. Ihr könnt mir nicht entkommen. Komm. Was? Öffne die Tür. Machst du auf, los? Ich versuch doch. Ah, los. Okay, okay, okay. Wir sind durch. Weniger süßes Essen, aber kommst du besser durch. Hahaha. Hahaha. Ich dachte, ich bin hier das kleine Mini-Mädchen da, so düh und so. Darauf pfeife ich mir jetzt noch ein Schokoriegel rein. Hahaha. Da ist noch eine Batterie auf dem Tisch. Also auf dem Tisch da hinten. Tisch. Auf dem Port nehme ich denn immer jeder hin, ey. Das ist doch... Das ist... Moment mal, da war doch ein Lichtschein. Da war ein Lichtschein. Da war eine Taschenlampe. Da war keine Taschenlampe. Doch, doch, da war eine Taschenlampe. Da, ich hab eine Taschenlampe gesehen. Nein, hast du nicht. Toll, Teleport in den selben Raum. Super. Ich hab ein Rostik, ey. Sehr gut. Jetzt auch noch eine Batterie, freut's eine. Okay, dann sammle du die ein und ich nimm die auf den Tisch. Komm schon. Komm, Licht. Mach mich stärker. Strahlt mich schön an. Hi, hi, hi. Niemals. Oh. Hallo! Nein, weg hier, weg hier. Nein, lauf! Warum geht ihr denn? Komm zurück! Nein! Lauf nicht. Nein, nein. Lauf, 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 Lauf. Sackgasse. Also, Sackgasse und ich komme von der anderen Seite. Nein, nein, kommst du nicht. Kommst du nicht. Ah! Ah, nein. Hallo! Nein, nein. Hallo! Hallo! Boah, ist das nicht doppelt? Na, wo kommt die ist hier nicht lang? Die ist hier lang! Lauf doch weg! Hallo! Lauf weg, ja! Lauf weg! Es macht schon so komische Geräusche. Lauf weg! Lauf weg! Lauf weg! Und das ist so dumm, wie es zu kriegen, ja! Toll! Genau, wenn ich den Fancy Mode aktiviere, port und es mich weg, dann soll der scheiß! Ja! Ja! Der Teleport mag uns! Gott sei Dank! Wer ist denn Mia? Ich hätte fast Snail erwischt! Nein! Hättest du nicht! Hättest du nicht! In deinen Träumen! Ah! Mann, oder also? Ah! Jetzt weiß ich nicht, wo du bist! Oka, ich auch nicht! Wo bist du? Oh, da! Scheiße! Hi! Das sieht genauso aus wie das Mädchen da! Wir müssen einen weiteren Schlüssel finden, Oka! Wir müssen hier weg! Ja, also mal für unsere Zuschauer, ne! Also, ich bin das Monster, ich muss die zwei Survivor da töten! Nee! Eigentlich sind's... Und, äh, ja! Die müssen Schlüssel finden, um Türen zu öffnen, damit sie aus diesem Haus entkommen können! Und ich muss halt dafür sorgen, dass ich aus, äh, ne, dass ich sie aufhalte halt! Und hier kommen darf ich in der Kurve die Bretter wegmachen! Und es ist alles Stockfenster hier! Nein! Gleich krieg ich euch wieder noch einen Teleport und ich bin wieder bei euch in der Nähe! Nein! Nein! Wir sind schon wieder ganz verwandert! Ja, ich hab was benutzt! Ja! Los! Weiter! Hau die Tür auf! Mach sie auf! Ja, ja, mach die Tür ruhig auf, ich hör schrappeln! Nein, tust du nicht! Ach, nö! Ach, nö! Ich steh direkt dahin sagen! Ja, gut, hierzu! Guck mal, hierzu! Ich geh auch zu! Ich geh auch zu! Ach! Hier ist noch ne Batterie! Nein, da ist keine Taschenlampe. Da ist keine Taschenlampe. Nee, nee, ich seh sie genau. Und da kommt die zweite Taschenlampe. Jetzt ist die Taschenlampe aus. Oh, keine Batterien mehr? Was ist los Mia? Keine Batterien mehr? Weshalb Mia? Du bist Mia's, nee. Ja, ich hab was benutzt. Wo bist du? Hallo! Ah, nein. Weg her, weg her, weg her. Nein, du darfst nicht sterben. Nein, da ist das Monster. Hör mir das nicht an, ich hab die Crew gefunden. Geh da nicht hin, geh nicht da hin. Da ist das Monster, wo die Holzdinger sind. Du darfst nicht weg teleportiert. Du darfst nicht sterben. Weg, glaube ich. Nein. Doch, du bist 100% weg, nein. Nein. Okay, alles einfach durchdrehen. Komm schon. Hallo! Ah! Nein! Lass dich nicht töten. Erschwende! Nein! 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 Oh mein Gott. Ich glaube an dir, Navuca, ich glaube an dich. Navoo! Du hast mich niemals bekommen. Niemals. Das hat Slay auch gesagt. Ich hab noch zwei Schlüssel. Hol sie dir. Ja, hol sie dir. Hehehe, da komm ich und hol dich. Wo häng ich denn hier fest? Nach am Stuhl. Da unten, Navuca da unten. Das sind nur Nägel. Ach so. Die hab ich eben auch schon angestarrt. Was? Da war doch was. Da! Da! Da liegt was! Ja! Oh, Küchenschlüssel. Dann kann ich wieder die Bar plundern. Äh, die Küche plundern. Oh ja. Damit ich jetzt durch gar keine Tür mehr durchfasse. Was? Hähehe. Er ist auf die Tür. Oh mein Gott. Pass auf! Was? Was? Wo? Ah! Alter, dieses Mädel ist doch super dürr, wieso kommt die nicht durch so einen kleinen Spalt durch? Zu großes Ego. Was ist das? Der Ton ist aus. Was? Nein! Nächster Ton aus. Ich habe deine Boxen ausgeschaltet. Gar nicht. Ich habe deinen Laptop gehackt. Lauf, Navoka, lauf. War ich doch schon mal? Alter, wie kann man bitte mit so vielen Schlüsseln so wenig Glück haben? Oh, Taschenlampe. Nein. Gar nicht. Allja! Scheiße! Da versteckt nützt nichts, das geht nicht. Nein. Die Tür. Nein, du siehst mich nicht. Lauf schon weg da, lauf schon weg da. Die kommen näher. Die kommen näher. Ich sehe sie aber noch nicht. Kommt sie? Ja, sie kommt! Nein, 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 nein. Lauf da nicht weg. Lauf, Lauf. Lauf. Feizzi, hab dich! Ach, Mann. Alles klar, das war unsere erste Folge, denn wir sehen uns in der nächsten wieder. Tschüss! 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 Tschüss!